Hallo von der Meerschweinchenfarm. Ich möchte heute meine Hunde wieder vorstellen. Jetzt habe ich auch schon so ein Glick. Jetzt verstehen sie sich schon richtig gut und dann voll gerne spielen miteinander. Weil am Anfang ist es oft, also ich bin lieber der, der Tiere rettet. Der Schwarze, der ist eben aus dem Tierheim, der andere ist von Chao-Cha in Not. Und das sind eben zwei Mandeln und das war das erste Monat ein super Horror-Albtraum, weil sie null verstanden haben und ich wirklich kämpfen habe müssen, dass ich die Rudelsführerin bin, dass sie mich einfach akzeptieren und das wissen, dass sie sich miteinander verstehen müssen und nicht blutig beißen. Und wie oft, dass ich mich da reingestürzt habe, in ihre Kämpfe zu schlichten. Aber ich habe es geschafft. Und wenn ich mir jetzt da schaue, wie lieb, dass die zwei miteinander sind. Der eine ist immer ein Jahr, der Schwarze, der andere ist zehn Jahre. Ein Wiener, der Zehnjährige. Ja und das möchte ich eben, die muss ich euch auch öfter zeigen, meine Hunterl. Das sind meine zwei Männer. Das sind auch die perfekten Partner für mich. Ich liebe sie überwissig. Generell Tiere. Ja, so und jetzt fange ich so arbeiten an. Also dann, tschüss von der Meerschweinchenfarm und ein fröhliches Wig Wig!